Oh, Talermarkt, der ist cool. Ja, den mag ich auch, wegen dieser Gassen und so. Hast du schon gesagt? Gassen, Sprinten. Kannst du ein bisschen Assassinieren? Kannst du ein bisschen Assassinier spielen in diesem Spiel? All in diesem, auf dieser Map, genau. Ja, wie ist ein Angreifer? Cool, ja. Nichts gemacht, die Vertätiger. Ach, der Flucht. Keine Ahnung, wo man überall hinlaufen kann. Ich bin noch weit weg davon, dass ich die Maps ordentlich kenne. Ich kenne es auch nicht so, also, ich bin auch kein Pro in diesem Spiel. Rauch hat keiner mit, gell? Bitte? Rauch hat keiner mit, sage. Hey, ich bin ja eigentlich in der ersten Team, also. Ich hab da zugefügt. Ah, verbeulich. Ah, Messer, krass, da kann der Max ja schon in die Ecke. Warte, bei der Bombe kämpft einer. Direkt bei der Bombe. Oh, oh. Warte, ich spaw mit dir. Warte, 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 ich spaw mit dir. Ja, ja. Bin da. Ist immer noch einer Bombe auf dem. Ja. Ich opfere mich. Boah, ich hab Flucht. Nach hinten hoch, ich hab hinten hoch. Na, ist klar. Ja, ja, ja. Und ist frei, und ist frei. Ja, ja, mich hast. Alles klar, wenn's nicht gehört. Verstehe ich? Ja, was ist da los, hä? Ja, jemand hat mich rewired, ich war am Boden. Und du hast mich nicht gesehen und da hab ich mich da geöffnet. Und jetzt, meinst du das? Ah. Ja. Komme drauf, Mut. Ja, das ist ja richtig krass. Ich hab ne richtig krasse exponierte Lage, muss ich sagen. Neue Map. Da unten rechts, Flanke, Flanke. Das ist cool. Na, was noch? Na. Teamkill, das gibt's so gerade nicht. Kommt die Granate her, gibt's aber nicht. Das Gettys, so was ist unfair. Was geht denn? Danke. Und das ist ja unfair. Unfäre, wenn man T4 an die, an die Bancen trophy? Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Wer ist Mincitoff? Was war das jetzt? Max ist auf der Munition für mich? Danke. Klar hab ich alles dabei Spawnbacker neu So bin wieder einsatzbereit, voll ausgerüstet Oh verdammt Hast du's gemacht? Armbus Hast du's gestolpert? Ne, genau Natürlich schreibe ich nochmal, ist klar Na gut, ein anderer aber trotzdem Einfach ins Blau rein Wer ist nicht gehirrt? Sieben Wieder überlebt Pass auf, äh, ach ne, der 3-Chrom ist So, Viktor, ab geht's Ich hab keine Ahnung, wo du da irgendwo rumkommst Freibahn, Freibahn Ah Rauch ist super Das ist klar Ey, was ist voll? Wann jetzt los, ey? Aber ich stand unter dir Naja, ich weiß, ich hab dich ja, ich hab ja auch noch auf dich geschossen Na, ich hatte vorher, ich glaube, Viktor mit dir Die rechte Seite, pass auf, Nigel, bei dir Der ist im Fernsehen, laut, geschält Ja, danke So, ich warte einfach mal, ob er vorbeiläuft bei mir Alright Oh, ich hör schon einen Oh, ich hab ihn nicht Oh, ich hab ihn nicht Plötzlich sind sie zu dritt vor mir Gibt's aber nicht Oh, da kam noch einer Oh, okay, wer sonst Es ist noch einer am Tor Ah, pass auf, die Oh, oh, jawoll Ich hätte auch noch fast reviven können, wenn er lag, aber Brav, brav In your face So, jetzt haben wir gleich ein 051er Team zusammen Wir haben eine Mannschaft hier Komplett Äh, ich hab einen eigenen Clown Ach, der ist doch genau Der ist scheiße So, schaut's nicht aus Full House mit bekannten Leuten, oder? Außer, dein ist es gegangen, leider, schade Wollt ihr nicht noch irgendjemand rein? Was? Wollt ihr nicht noch irgendjemand rein? Was? Zu uns? Ist da jetzt ein Spiel, oder haben wir uns getäuscht? Ah, wurscht Hm, Sketti wollte rein, aber Sketti ist ja da Hau ihn raus, dann darf er nochmal rein Ah Gut, dann halt nicht Spaßbremse Ich frage mich, was dann irgendwann später Ich weiß nicht, was Ja, nehm ich mich mit der Dritte auch auf Das ist der Ruhestand Ja, war ja klar, Max War ja klar, nur was man mitnehmen wollt Ja, ja, ja Jemand holt sicher Verrätst du dein Team aus dem Sack, ey Okay Da wird das Team verraten und verkauft dir, ey Das ist der Wahnsinn Ja, ja Ja, ja Das, äh Oh, oh Der ist schon auf den Schritt, der ist er Ah, bei mir, bei mir, bei mir Fuck Linke Flanke, linke Flanke Einer an mir vorbei Oh, ich bin eingecased Zwei an mir vorbei Wir haben einen linken Spawnback hingestellt Max, aber wenn du schon hier bei uns bist, ne Dann bitte auch Oh Andere Oh, pass auf Verdammt Pass auf, links um die Ecke, Max Der Nickel ist super tot Nickel, du musst mal ein anderes Perk bitte mit Granatenröhren, Scheiß, ist egal Der Nickel hat schon gewechselt Oh, oh Ich geh nach links, ich geh nach links Du hast ne Bombe, eine Bombe, eine Bombe turnete Nein, laws, wir schauen Einer, die Zweite, alle beide gezogen, Jawohl Nein Ihr Noobs, ihr Na, wie war Ich misch euch alle auf. Ich bin verflucht, verflucht. Verschießt ihr mich. Über dir, Rektor. Ich weiß nicht. Was ist denn über mir, hinter mir? Wo denn ist überall? Nicht wieder drin, wenn die nicht alle tot sind. Oh, tot. Lasst euch Zeit. Na doch nicht. Nein, ich bin auch... Da hat mir nicht mal Zeit, dass man ordentlich stirbt. Was ist denn da los? Ja. Immer dieser Stress mit diesem Ungeleben da. Max, brauchst du Munition? Nein, brauch ich nicht. Das ist nur, wenn ich Medikit gerade gelegt habe, weißt du? Entschuldigung, Sprüge. Du willst... Ich nehme hier den Garten. Hier kommt ihr nach. Da kommt kein W-Leute hier. Das ist der Wahnsinn hier. Ja, warte, das ist jetzt einer weniger. Das ist halt schon unfair auch, gell? Nee, ach Quatsch. Ich, ja. Wir sind voll die Pros gegen die Groves, gell? Mir die geht's, mir die geht's. Ich laufe mal woanders hin. Ja, gib doch mal... Warte doch mal, bleib nach mir. Ja, mach schon. Warte, warte noch. Wir sind voll die Pros, gell? Ich halte mich ein bisschen raus im Kanz, ja? Genau, Viktor, bleibt einfach mal ruhig. Ich kann ja auch rüber gehen. Soll ich rüber rüber? Nee, ich schau bitte nicht zu. Ah, ich hör den Esel, wo ist denn der? Ja, der Esel, der ist so los. Links müsste der sein. Ja, hab ich mal gehört. Oder es gibt zwei Esel, also eins. Ja, gehört hab ich nicht gerade. Aber irgendwie wird es angehört, als wenn man von der Rüben ist. Aber man schaut, ob man ihn irgendwo sieht auch. Aber glaub nicht, gell? Ah, hat man hört so, ja? Schön. Irgend so ein anderes Geräusch vom Esel. Genau. Ich bin da. Er hat hier eine... Bitwork hast du den Clema hingestellt? Jo, ist aber schon eine halbe Stunde her. Die ist schon verrostet. Ich weiß. So, jetzt bin ich auch zufrieden, ja? Ich brauche jetzt Deckung! Ich brauche jetzt Deckung! A Bamba! Viktor, spielst du wieder mit? Ja, die sind ja zu dritt, nur. Es wird aber schädigt kommen mit drei Leuten. Ah, von El. Cool, selber, danke! Nein! C4! C4 zünden! Ja Leute! P-Pien, in Trovo. He's here! Ja! Oh, gut! Diese P90 ist schon ein Mördergerät, muss man schon zugeben. Ja, die P90, die haut schon ganz schön rein. Wahnsinn. Ja, sicher. Die P90 ist wirklich stark, ja? Ich würde ja gerade gerne Versorger spielen, oder wir brauchen keine Medik. Boah, lass mich in Ruhe. Hau ab. Nein, nein, ich komme. Knarren-Style jetzt. Kommt, wir bleiben ein bisschen zusammen, weil wir sind gut. Wenn wir da, wenn wir da... Ja, siehst du, da sind wir in der ersten. Es gibt doch gar nichts. Wieder eine Clamer, die ist wirklich Clamer. Sketti, du nicht und eine ganze bucklige Verwandtschaft nicht. So nett ist das bei uns. Ich hänge an der Wand fest, verdammt. Ja, weil... Wir sind nicht so nur geflogen. Ich meine, Schuhband hat sich verhakt in der Blume da. Jetzt bin ich nicht weggekommen. Boah, wie weit bist du geflogen, Victor? Da waren ja... 30 Meter Flugwagen. Komm. Entschuldigung. Bist du? Ich wollte mich hier stecken. Hab einfach dort geflogen. Na. Hab sich nicht geflogen. Ah, Mist. Haha. Naja. Ja, Leute. Voll ein Ärger. Danke. Danke. Es ist immer noch zu treten. So kommt noch keiner. Kommen schon wieder. Na, danke. Einer bei der Bombe? Nö. Der ist gescholpert. Der ist über die Treppe gefallen. Nö, der ist gescholpert. Willst du mich verarschen, ob ich von euch spielten da bitte mit dem Mörser? Ja, der Auskunft hat von nach vorne. Ich bin jetzt geschmissen, wie die Hilfe bei Killy hier gleichflieger ist. Ah, ich fliege. 92. Sache. ja jetzt haben wir doch eh in vierten Brünnchen ja auch Maximus ein gutes Hund und bitte könnt ihr könnt ihr bitte äh verfluchten Mörser Oha na da so hab Klemur ich bin doch gar nicht rein Alter das gibt schon ich bin schon auf einmal nicht der Klemur umgebracht bist du deppert der du schaffst irgendwas die Gehling von Klemur in der Sekunde wo ich gestorben bin ist ja durch die Klemur gelaufen und durch mitgenommen ja ich weiß hallo ist klar das ist so wachst nicht immer dein Perk und soll ich meinen Perk schrecken weil du gerade tot bist oh na jetzt lebe ich wurde wiederbelebt von WD-Mocken im Ort lächerlich auch immer die Volk hier muss ich mir anschauen weil ich will einmal drehen wie ich klinge im Internet so Victor du kannst mir ja vorhin einen einsatz zeigen ja pass auf der vorne ist Kontakt oh noch eine noch eine noch eine noch eine es sind drei sind da eins zwei drei vier oh 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 zwei hab ich gezogen ja dann habe ich gar nicht kommen denn Bombe wird scharf gemacht Bombe wird scharf gemacht aber Achtung der lebt noch das gibt es ja nicht ja ja Alter ich schieße ganz im Magazin auf dich drauf und du lebst noch das gibt es aber nicht ich habe die mit dem Messer ich habe die mit dem Messer ewig vor mir ich habe gedacht das ich habe gedacht du bist schon lange tot ok ich habe das ganze Magazin auf dich drauf geschossen ja durch Zufall ich habe kein Bildschirm gehabt ja wahrscheinlich diese tschechische billige Munition da ist eh ganz klar dass das nicht geht link ist ein Bombe von China von Taiwan Uiuiui Munition von Taiwan Munition von Taiwan auf jeder Kugel steht Made in Taiwan ne ja meine KT ist aber nicht 16,2 oh ich habe zwei Medaillen bekommen Achtung Medaillie 1 Squad Rush Medal Medaillie 2 Second MVP Medal ich habe Squad Rush Ribbon und Squad Rush Ribbon äh gleich aber nur für das nicht ne Medaillen habe ich bekommen Eisen Stahl schweres Zeug für die Jacke Victor was ist mit dir los ein 8er KD Rambo 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 ja das finde ich cool